Eva, wieso machst du nicht selber die Musik? Und deswegen machst du die Box? Nee, du. Imbiss. Komm, jetzt überrasch mich, komm. Hau raus. War's okay? Läufer! Was machst du das? Hallihallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Fanny lernt LOL. Heute habe ich die Eva dabei. Yeah! Yeah! Link zu ihrem Kanal findet ihr in der Beschreibung. So, ich spiel Jinx, ich spiel Taric. Taric kann ich jetzt noch nicht so gut spielen. Aber ihr wisst ja, dass ich immer sehr Pro-Gamer bin. Deswegen wird Eva mich ein bisschen carryen. Wir spielen gerade in der Platin, Edo. Genau! Achso, ja, und Eva streamt nebenbei. Also, falls ihr euch wundert, wenn sie jetzt ab und zu vielleicht noch irgendwas sagt, so zu ihrem Chat, sag ich mal, denn, ne, sie streamt. Racktack. Soll ich da mithelfen? Ähm, ja. Anfangs hilfst du immer noch mit. Okay. Der Jungler entscheidet dann, wo er anfängt. Das, der macht halt, meistens fängt er halt hier unten an. Also das heißt, hier, wenn wir auf unserer Seite starten, fängt er beim Blue an. Also, ne, ich weiß jetzt nicht, inwiefern du jetzt schon aufgeklärt bist. Ja, ja, doch, das geht schon. Aber das muss ich jetzt. Also Blue weiße, was da ist. Ja, ja, das weiß ich alles. Okay. Und, ähm, auf der anderen Seite werden die wohl beim Red anfangen. Den genauen, dann hab ich keine Ahnung, wo der da liegt, aber, ähm, ne, das klingt auf jeden Fall sehr intelligent, was er von mir geht. Okay. Okay, jetzt können wir gehen. Der schafft das. Okay. Du haust jetzt bitte den dicken Minion. Hauen. Mit den Rädern. Hauen, hauen, hauen. Sehr schön. Okay. Soll ich den jetzt immer kaputt machen? Ähm, immer nur, wenn du so ein blaues Kügelchen um dich rum hast. Ah, okay. Und was bringt mir das? Genau. Das, ähm, wenn du damit... Kim hat einen Minion. Also einen kleinen Zauberer vorziehst. Äh, okay. Yeah. So, das heilt mich damit, weißt du. Ah, nice. Das ist bei der Freshership. Genau. Das machst du aber nur, wenn du die blauen Kügelchen hast. Und wenn du damit nämlich den, äh, den großen, äh, Zauberer killst, dann, ähm, dann gib mir das mehr. Shit. Also, das sind das Zauberer, ja? Das sind die motherfucking Zauberer. Die Zauberer auf dich. Die zaubern sofort. Fuck, defload. Nein, ich sterben. Ich laufe. Verletzt dich, Mann, ich kann so gut supporten. Wahnsinn! Das ist so auflauschig. Oh Gott. Das hat er nicht gerechnet, ne? Der, ählte Mann. Das ist unsere Special Attack. Nein, du Arsch. Schirrp. Oh Lord. Oh, Lord. Oh mein Gott. Das war richtig Pro-like. Hä, what? Das war... Ich hab keine Ahnung, warum ich den Gild bekomme. Oh, das war, ich glaub, das ist meine Falle gelaufen. Der Vollidiot. Wtf? Ja, du hast das... So ne Scheiße! Nein, das war gut. Ja genau, du brauchst ja das Geld. Das klingt komisch. Ja gut. So, also, und zwar, du bist ja der Support und du musst dafür sorgen, dass ich die Kills bekomme. Weil ich halt so der richtige, richtige böse Bad Motherfucker im Late Game bin. Also Late Game ist halt so das spätige Spiel. Ja, das weiß ich. Also, so dumm bin ich denn auch nicht. Ja, okay, ja, das verstehe ich. Ja, genau. Und ich bin dann so ein richtiger Badass Motherfucker und dann kann mir keiner mehr was. Okay. I'm killed. Ja, okay. Guck mal. Wir bekommen auch beide den, oh no, komm schnell weg, da portet sich was jetzt, komm schnell weg. Äh, okay, also, das ist ja dumm. Also, da portet sich, ey, Quatsch, dass, ähm, wir kriegen nämlich beide den Last Hit, also den letzten Schlag. Ja, das weiß ich. Wenn, ähm, hier, ne? Wenn du deine blaue Kugel auf die, äh, bösen Zauberer machst. Den kriegen wir beide in den letzten, ah, ah, ah. Ich bin so schlau. Ich so, jetzt können wir wirklich Platin spielen. Jetzt, jetzt, jetzt ist Platin dann gesagt. So, da ist nämlich schon der fresher Mumu, den vertreib ich jetzt. Weil der denkt jetzt, guck mal, guck mal, der denkt jetzt hier, der wäre voll fresh und so. Ist aber nicht. Ist er nicht. Oh, guck mal, ey, geht's doch gar nicht falsch im Weg, jetzt stirbt er. Und ihr? Ja, nice. Ja, du bist ja Rapper, dann musst du dich ja auch ein bisschen so in der, in der, in der Szene auskennen, ne? So, also, so. Ne, überhaupt gar nicht. Also, ich höre nicht sowas. Aber du weißt doch bestimmt, was Flair mit Clarotte zu tun hat, oder? Ne. Ja, lass mal hier, ne? Komm, hazen. Was? Was willst du machen? Paisen. Was heißt das? Er weggeht. Also, das ist aber kein Lollisch, das ist eh falsch. Ah, eh falsch. Eh falsch. Das war Paisen. Listen and repeat. Paisen. Paisen. Oh! Aber du musst doch auch so eine krasse Gangstersprache haben. Ich hab keine krasse Gangstersprache. Ich werde sie mir jetzt anregnen, nur, weil du das sagst. Du musst jetzt immer Paisen sagen. Zu deinen Freunden, zu deinen Bros, zu deinen Kollegahs. Wie nennst du deine Freunde? Was sind deine Freunde? Kumpels? Nein, du brauchst noch ein cooleres. Die können nicht Kumpels heißen. Okay. Deine Gang oder so. Meine Gang, meine Crew, alle. Yeah. Ja, aber Crew ist noch immer so Tanzfuzi, so, ne? Das ist aber egal. Sind die Gangsters, ja? Also, die einzige Crew, die ich sonst kenne, die echt nicht so Gang ist, ne? Das ist meine. Weil das ist die New Crew. Oh, verdammt nochmal. Hilfe! Verdammt, ich hab keine Mana. Warum? Mana! Äp! Mana! Eck hier! Oh Gott, ich werde so sterben. Nya. So sterben. Nein, nein, nein. Ich werde in Ruhe. Das hab ich mit Absicht gemacht. So, unsere Tower fällt. Das ist toll. Haben wir deren Tower? Ja, Arme. Okay, gut. Dann ist ja alles gut. Gut. Pressure shit. Dann fühle ich mich noch nicht so, so, weißt du, so schlecht. Achso. Ja, nein, du kannst nicht schlecht sagen. Du bist jetzt im Rap-Geschäft. Du musst was anderes machen. Ich bin... Du fühlst dich dann nicht so tight, okay? Ich fühl mich nicht bad, yo. Nee, ich fühlst dich nicht bad enough. No. Bam, hast du gesehen? Wow. Alles schwer. Das war... Also, das war Gangsters Paradise. In einem Schock. Das war's. Hast du das gesehen? Scheiße. So sieht das aus. Gangsters Paradise, man. Hast du gesehen, wie ich den Wort gesetzt habe? Hast du gesehen? Das war übelst stylisch, Alter. Ey, das war Platin-Level. So richtig. Platin-Elo. Elo! Kiu, kiu! 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 Ach, Korn! Was flasht denn der Affe? Wieso, lass ihn mal beleidigen. Wieso? Warte, ich schreib ihn. Arsch. Beleidigen! Beleidigung. Beleidigung. Ja. Oh, Roffel, da kommen die. Die Topline schläft ein wenig. Ja, ich glaub auch. Lass uns ihn töten. Nein. Er geht zurück. Verdammt. Das machen. Wir sind Crusher. Okay. Crash Attack! Wuuu! Crusher Attack! Oh, schick's. Die sind dann mal voll... ...kackhaft. Oh, das war getroffen mit. Ja, okay. Uh, nein. Hör, was dann? Oh! Ja, 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 ja! Wie, einfach gar kein Hammer. Ich meine, ich hatte den Fall schon geschlägt. Nice. Die, die. Siehste, hab alles ich gemacht. Das war richtig übel krass. Esso, Mann! Alter Schwede! Ja, und den Spiels aus dem Maul. Das hast du richtig krass gemacht. So. So, Stürbturm. Du hast keine Chance. Ich so, AAH! AAH! Ist laut! Du kriegst aufs Maul! Komm mal, ist laut! Du kriegst immer noch aufs Maul! Gib ihm nochmal! Gib ihm! Kaui, kaputt! Nein, lauf weg! Oh nein. Scheiße, 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 scheiße! Oiti! BAM! Also, das war immer noch mit Absicht, Leute. Ich möchte jetzt typen und zeigen, ich möchte bloß schlechter spielen, damit Eva sich nicht so schlecht fühlt. Das ist voll nett. Das ist richtig nett. Ich versuche mich bloß anzupassen, ne? Ich weiß. Ja, guck mal, der, guck mal, der kriegt einfach nicht genug von mir. Der rennt mir immer noch hinterher. Der Bro. Hallo! Jetzt ist er weggegangen. Jetzt hat er keine Lust mehr. Nee, er geht jetzt in die Mitte. Jetzt hat er gemerkt, wer hier die Freshere ist, ne? Ach so. Tja. Was macht er denn da? Ja, jetzt sollst du mit deinem wenigen Leben jetzt noch dahin rennen? Will ich mit meinem billigen Leben? Nein, mit deinem wenigen Leben. Weil der eine, Kasadin hat doch die ganze Zeit hier in der Mitte. Was? Kasadin hat auch in die Mitte die ganze Zeit gepokt. Ja. Ja, und er meinte damit dich, dass du da hingehen sollst. Ja, und? Deswegen habe ich gesagt, warum solltest du jetzt da hingehen mit deinem wenigen Leben? So ist es. Weißt du, warum ich das nicht mache? Weil ich verdammt nochmal Goldino bin. Darum. Ist was Besseres, weißt du? Du musst dich darauf hören, wenn so eine Affe, ne? Ja, so ist das. Ist doch gut. Stell dein Leben, Mann. Ja, da Kasadin ist ein bisschen nervös im Finger. Ich merke das schon. Ja. Ja, komm, ich helfe dir mal. Weil da sonst... Oh, jetzt fliege ich auch schon ganz nervös. Oh, ich glaube, ich komme mal... Oh, 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 nein. Oh, nein, komm hierhin, komm hierhin. Ram. Oh, hast du damage gemacht? Nice. Ja, raste aus. Wie kriegen wir? Junge, ist das schön, ist das schön. Das war Gangster's Paradise. Bam, Erilia, da hast du jetzt gedacht, du könntest du den Kasadin holen, ne? Hast du gedacht, ne? Hast du nicht mit Jings gerechnet, ne? Hast du nicht, hast du nicht mit Jings gerechnet? Ach, 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 ach. Jetzt ist das. So. Ich brauche Leben hier, bamz. Piamz. Du kannst übrigens, warte mal, ich muss mir kurz gucken, ob du dir den Kopf hast. Dein Schild kannst du auch ausbauen. Dein Relikt-Schild. Ja, das will ich machen, ja. Zu magisches Ding kommt es. Oh, das ist so. Du weißt schon, das blaue Herz-Tiger. Ja, aha. So voll crosser Schild und so. Okay. Hitzig, Arschloch. Sehr schön. Das war der Fluch. Ja, Eva Yolo. Ja, ich weiß, wie du los rennst. Ja. Okay, dies weg. Da ist noch ein Baker, wenn der jetzt seinen Käfig macht, dann genau das. Dann ist das so. Wolle ich hier weg, uh. Lauf mal ein bisschen genau. Ja, der Mumu, der will jetzt hier seine Klopapier-Action machen, aber ist nicht, weil, ne, ich weiß warum. Genau, deswegen. Klopapier. Richtig. Wie ging das Ding nochmal, weil, kennst du das auch? Und sie schrie nach Klopapier, Klopapier. Ja, und das meintest du, oder? Du meintest es. Genau, genau. Wir verstehen uns ohne Worte. So ist es. Nur mit Klopapier. Wie verstehst du mit Klopapier? So. Das ist ja auch romantisch. Romantisch. Und wir klagen ohne Klopapier, Klopapier. Ah, ne. Was? Was? Wollte ich auch. Okay, wir gehen jetzt noch auf die Botlane, weil, da pushen jetzt die Minions, äh, die Zauberer. Die Zauberer, die, die verdammten Zauberer. Lass mir einmal Ingenieur. Ah, aber da kann, aber ich hab das gar nicht mitgekriegt, scheiße. Was kommt davon, wenn man auf die Minimap guckt und sich nicht, das war meine Schuld. Also, das muss ich sagen. Als nächstes, also ich hab jetzt gefreut, das wäre jetzt, jetzt kaufe ich Amulett der Eisen im Solari, damit ich so ein Schild für uns machen kann. Hm. Ich versuche mir, das weißt du, unser Blöde, und so. Oh yeah. Oh yeah. So. Durchdrehen, durchdrehen, bo 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 bo. Kann man mit in die Mitte? Einfach nur, weil sie den Tower kaputt gemacht haben. Oh, die Neue ist. Wo bin ich denn? Bin ich so langsam? Weil du Tarrig bist. Weil du Tarrig bist. Weil du Tarrig bist. Das lösen kann, ne? Das lösen kann, ne? Ja. Ich hab das immer gehasst. Das findet sogar der Beda lustig. Das findet sogar der Beda lustig. So. Wäre dafür, wenn ich hier ein Mord reinsteck. Hast du das gesehen, Mann? Ne, hab ich nicht nochmal. Doch, jetzt mein 360 Watt Scope. Okay. Boah, hast du das gesehen, Mann? Ne, noch nicht. Nochmal. Scheiße. Warte. Einmal keine. Oh. 360 Watt Scope. Boah. Oh, geil. Was? 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 Ist voll geil, oder? Bam, 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 bam. Yeah, ich bin schon immer so krass. Boah. Lauf. Nein, verdammt. Scheiße. Du bist okay. Scheiße. Ich bin nicht mehr weg. Verdammt. Wie gesagt, das war mit Absicht, ne? Okay, okay. Ich will den Gegnern dir eine Chance lassen, damit sie nicht gleich lieben oder aufgeben. Dann macht's ja keine Spaß. Ja, das hatte ich auch gerade eben. Ich war so fresh. Ich war so fresh unterwegs. Ich hab Blitzcrank gespielt. Ich hab alles gegrabt, ne? Also Blitzcrank ist ja auch Roboter, ne? Weiß Bescheid. Der Gelbe. Das wusstest du? Ja, okay. Der war das. Der ist das. Der coole. Der coole. Der coole, der coole. Der coole, der coole. Der coole. Hier gibt's aber auch diesen iPhone-Skin, ne? Den iPhone-Skin? Ach so. Ja. Der iBlitzcrank. Genau. Ja. Kommt bestimmt von Samsung. Tudum. Nein. Ich schwöre mir Gott, ich war so verstört und noch verstörter war ich, als der Reporter erst mal... Den auch noch mitgemacht hat. Nein. Der Reporter... Der wäre echt verstört. Nein, der Reporter, der ist erst mal hier um die rumgelatscht und hat die gefilmt und dann entschützt er irgendwie mit dem Pinguin-Zelf, der gerade am sterben war da. Und dann... Der lag nämlich unter diesen Viech, ne? Ja. Und dann... Und dann hat der noch gesagt, das wäre ja noch... Also es wäre zwar nicht so ganz normal, aber das käme mal immer wieder vor, so. Was? Die von gewaltigen Pinguine! Keiner macht mal! Alter, warst du ne... Wir haben uns wegen allem ne Petition und deswegen nicht, oder was? Noll, sammelt Geld, damit die Pinguine nicht mehr vergewaltigt werden. Ja genau, dann schmeißt sie mit Geld ab, Ding. Diese Junde wäre dann mit Geld abgeschmissen. Angeschmissen. Nicht weggeschmissen. Freikaufen! Na! Ordentlich Milieu in der Arschluss, oder was? Schutz... Schutzgeld! Ja locker! Verdammt! Geht nicht klar! Und die Pinguine... Da kommt die... Seehunde wieder. Das sind doch diese fetten, ne? Äh, äh... Da kommt auch ein Pinguin drauf! Was? Alter! Geh mal vor! Boah! Ich mein, ich so als, äh, hier, ne? Hoppala! 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 Du sterb! Wo bist du denn? Da! Nein, weil ich die falschen geheilt! Du Arsch gehörig davor! Miau! 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 Aber wie ich alle gekillt habe! Ähm... Ich hab sogar eben wirklich angekillt! Ne, doch nicht! Ähm, hier, ich so als, äh, Patrin eines, äh, Humboldt-Pinguins, ne? Ist kein Witz, Alter! Ich hab meine Patenschaft mit Humboldt-Pinguin, ja! Ja! Was? Kann das nicht auf mir sitzen? Ha! Auf mir sitzen lassen! Verstehe ich so. Ha! Ha! So ein Seehut drin! Ja, ja, ja! Ah! Ja, das war schon. Das war schon ein Keller-Verwerder-Witz. Miau! 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 Nein! Bim! Nein! Dankeschön! Ich geh jetzt erst mal drauflegen! Okay. Ich will irgendwo ein Ward hinstellen, sonst 360-No-Ward-Scope-Yeah. Ne, Ward-Shot war das ja, 360-Ward-Shot. Jetzt gehen auf einmal alle auf den Top, ne? Die stand zwar schon, ähm, Dings, aber ist egal. Ich würde einfach noch ein Ward da hinstellen. Warum? Weil ich's kann. So, wo sieht das aus? Ähm, hier mal Bot. Weil... Mach das! Ich will einfach so tun, als er nicht was kann, weißt du? Okay, das ist eine sehr gute Idee. Haben wir die zweiten Tower auch schon kaputt gemacht? Wer wird die durch? Hm? Du hast krasse Viewer auf jeden Fall. Wieso? Ich mag auf dir sitzen, Eva. Mann! Yeah! Das hab ich mir schon immer gewünscht! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein, die haben die Dragon Gamma. Oh nein! Oh nein, sie landen mir hinterher. Oh gosh! Oh nein! Mann, ich hab drei Leute. Okay. Wieso gehen die da hin? Warum killen die mich nicht? Denn die sind zu dritt! Oha! Weil die bestimmt denken, dass noch irgendjemand anders kommt. Die sind ja asozial. Die wären ja ganz bestimmt nicht alleine. Genau so asozial wie der Seebär da, Hund, Gedön, Seerobben, Löwen, Dings, das den Pinguin vergewaltigt hat. Geht gar nicht klar. Ich hab Angst jetzt mal... Ah, jetzt sind die alle mit. Alles klar. Genau! Tap einen! Pinke Bomben! Geh weg! Geh weg, du Arsch! Okay. Attacke! Attacke! Du brauchst mich gar nicht versuchen zu töten. Du kriegst das eh nicht hin. Ja, zack. Egal, ich mach ihn auch tot. Nein! Ich hab ihn nicht ge... Boah! Keine Ahnung, wo meine Ulti hingegangen ist. Ich muss einfach ruhig bleiben. Ich, äh... Ja. Nein, ich fang jetzt nicht an zu heulen. Ah, ich hab in die Mitte geschossen. Ich hab nämlich zwei Assets gekauft. Ich hab mir gefroren, dass ich jetzt nicht anfange zu heulen. Okay. Brauchst ein Taschentum mit Duft zur Beruhigung, oder? Geht's? Es geht! Es geht... Okay. Okay. Du klingst auch sehr männlich gerade. Ja? Ja, so wie ich beim Kacken ungefähr. Was? Ja. Was? Ja. Genauso. Männlich. Ja. Ja. Du darfst das ruhig heiß finden. Das ist nicht... Ja. Ja. Was machst du für Geräusche beim Kacken? Ja. Sehr männliches. Okay. Du musst dich nicht zurückhalten. Du darfst das echt heiß finden. Ja. Ja. Ich muss das reden mal auf jeden Fall. Alter. Ja. Nur bitte jetzt nicht direkt die fappen. Weil streamen, ne? Okay. Das wäre komisch. Das ist echt... Man sieht mich ja auch nicht in meiner Cam gerade. Nein, aber... Oh ja, stimmt. Ist auch nicht schlimm, dann ladest du ja bei YouPon hoch. Habt ihr ja meinen Kanal. Mein zwei Kanal. Wissen. Da mache ich dann immer so meine Vlogs. Ach so, okay. Dann, dann, dann. Es ist dann aber auch nur für die Abonnenten, die dann dabei fappen, wenn sie meine Videos gucken. Ah, ja klar. Verstehe ich doch. Verstehe ich. Ist ja normal. Hast du ja auch, oder? Hab ich auch. Ja. Ich fappe auch immer noch. Wie heißt du bei YouPon? Bei YouPon? Ähm... Nette Nachbarin 80. Mal gucken. Nette... Nette Nachbarin... Nette Nachbarin. Ähm... Na... Affentanz im Negerarsch. Ah. Klar. Ist ja, ne? Da kennst du ja von selbst, ne? Sag. Sag, hab ich abonniert. Hm. Stimmt. Da erkenne ich dich. Hab mal bei dir rausgeguckt, ja. Ja. Nein. Was? So. Seid ihr in der Mitte? Warum bin ich denn immer alleine? Bot? Behindert? Dann machst du was falsch. Das hast du sehr gut, äh... Hast du das auch mal, dass du mitten im Satz vergisst, was du sagst? Ähm... Ne hab... Äh... Was? Oder einzelne... Oder einzelne Wörter, einfach so vergisst. Ich bin ja schon so ein kleiner Witzbold. Wenn du jetzt alle holst... Dann? Was... Was krieg ich? Dann ruhig die Bohlen. Dann rührst du die... Wen? Dann rühr ich die Bohlen. Ich... Ich rühr niemanden... Die Bohlen! Was? Ja, ich rühr... Die Bohlen! Wie der Bohlen? Wie der Bohlen? Wie kriegen wir doch? Nein, scheiße. Hallo! Wo in dir? Hier! Zack! Boom! Du willst sie auch wirklich holen, ne? Ich wollte, dass du die Bohlen rührst. Die Bohlen? Oh, die Bohlen! Ohohoho! Oh! Oh! Oh, geil! Da hätte er ja... Oh Gott! Ähm... Ja? Sprech dich ruhig aus. Ich höre dir zu. Ob ich will oder nicht. Sei der, ne? Nein! Du bist ja fresh für den Fanny-Fresh. Ich bin fresh für den Fanny-Fresh. Fresh für den Fanny-Fresh. Fresh für den Fanny-Fresh. Fresh, Fanny-Fresh. Viel zu viel Fresh, Alter! Ja! Geht's fresh, fresh! Ups! Fresh! Das war aber mein Abos-Special. Da hat Jeremy Let's Playlist gemacht. Was hast du da gemacht? Ja, der hat... Jeremy Let's Playlist für mich gesungen. Der wer? Jeremy Let's Playlist, so ein berühmter YouTuber. Was heißt berühmter? Ah, der ist berühmter? Okay! So ein großer YouTuber, sagen wir mal so. Ich finde YouTuber berühmter, das finde ich immer so ein berühmter Wort. Ich kenne, nee, nee, nee. Aber ich kenne auch keine YouTuber, so. Ich kenne nur ein paar andere Stoffen. So Fanny-Fresh zum Beispiel. Könnte da so cool sein. Ja, ja! Oder so eine Bloody New Alta. Oh ne, die schinkt. Nach Rosenkohl. Nach Rosenkohl. Nach Rosenkohl. Bam! Oiti! Oh, das ist nice. Oh, loil! Das ist mit dir so aus, ey! Das war cool. Das ist doch hammergeil, wenn... Guck mal, ich kall mich über Kiefer so. Guck mal, ich kall mich jetzt am... Komm doch! Ja! Hallo! Ist doch hammercool, dass ich äh... In dem Team vielleicht verste... Hilt man einfach nichts mehr, weil das so mega laut ist bei mir. Aber ich bin zu faul gerade um die Optionen... Tauschen. Das ist natürlich gut. Man muss verstehen. Es kann auch sein, dass ich einfach mega zu laut bin gerade. Aber das ist mir egal. Das ist... das ist auch gut. Ich bin egal. Ich bin egal. Kennst du das Lied? Aber ich bin egal. Ich bin egal. Nee. Nee, echt nicht? Dieser komische Türke da? Von... Wer? Das ist so ein komischer Türke. Das war auf Facebook so. Ich bin egal. Ich bin egal. Ich bin egal. Ich bin egal. Das ist ein Weil. Der hat da irgendein Scheiße immer zugeprabbelt und immer gesagt, das ist mir egal. Ich weiß nicht. Du bist voll nicht up to date, man. Entschuldigung. Entschuldigung. Ah! Oh, hast du aufs Maul gekriegt, man. Richtig eklig auf der Seite. Warum rennt er denn zu ihm? Bist du behindert? Ich weiß auch nicht. Wenn ich Durst hab, was rennt er dann zu dem? Ja, das ist scheiße, ne? Wenn man Durst hat, sollte man eigentlich das Spiel ausmachen, ne? Ja! Nein! Was? Ich? Ich kenn das jetzt nur so. Ja, nein! Aha! Ich müsste hier mal ein Wort reinstellen. Nee. Soll ich mal so Übel-Skill-mäßig? Okay. Wow, Alter. Ich bin übelhaft gegangen gerade, Alter. Ich hab übelst im Wort gestellt, Mann. Das war ja... Boah. Krasser Scheiß. Guck, jetzt steht der vor der Mini-Wave. Man weiß nicht, was er tun wird. Aber... Boah! Hast du gesehen? Der hat die... Geeizhaft-Dings. Oder? Das war... Boah, übel. Krass. Das ist ein Ohrwurf von deinem Ist-Me-Egal. Das war aber übelst im Ohrwurf. Ich kenn das. Ich hör jetzt auch die ganze Zeit wieder. Aber is mir egal, ich nenn dich lieber, Sunny. Ohh. Yeah! Ja! Gott, was nimm das? Das ist ein Regal, Steven. Egal. Genau. Freaky95, die kennt das. Weaaa? Der kennt das. Der kennt das. Der kennt das. Der hat das gerade geschrieben. Das ist ein Regal! Na, das Regal! Ach, Mini-Black! Was? Mini-Black? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Was? Wen hast du denn gesagt? Achso, der! Achso, Freaky! Ja! Jetzt bin ich immer noch verwirrt. Okay. Hä? 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 Das war nicht sehr schlau. Das war nicht schlecht, wow. Ich sollte Bot einfach weiter pushen mit meinen übelsten Damage, den ich mache. Oh, du bist immer noch da an der Stelle! Ja, ich versuche ein bisschen, dass die Minions nach vorne kommen und vielleicht nach unten. Aha! Ah, ja, ja, ist auch gut, die kommen. Meine Arbeit ist mir egal. Komme! Ich bin nicht so schnell. Wartet auf mich, sag mal den Klammern, den geht einfach mal. Was, wem? Den geht einfach mal. Ja. Sag es laut. Fak, ich wäre tot! Nein! Das war mit Absicht. Wir haben alle noch wohl live! Ambulett! Live! Es ist live! Wieso komme ich mal eigentlich immer zur Heiltränke? Was ist das für ein Bullshit? Was mache ich denn mit dem Schwachsinn? Warte ich nicht! Warte ich nicht! Muss ich mal alle verkaufen. Wenn wir 14 bringen, Heiltränke einfach gar nicht mehr. Ich muss auf Klo. Ich muss auf Klo? Ja, ich wollte das mal so einbringen, weißt du? Okay. Das ist schwierig. Ich finde, dass seine Viewer das wissen sollten. Okay. Und deine Viewer. Genau, und meine Viewer. Okay. Wartest du das jetzt eher interessant oder belästigend? Das war, ähm, interlästigend. Interlästigend? Ja. Aha. Mhm. Das ist interessant belästigend in einem. Geil. Ja. Das ist fresh. Das ist sogar, äh, ne? Fendi-Fresh. Deswegen kann ich sagen, das ist sogar Fendi-Fresh. Die Steigerung von fresh. Ohhhh. So. Ich würde ja gerne sagen, ich komme gerade. Aber es dauert einfach so lange, bis ich da bin. Jetzt bin ich verwirrt. Warte mal, was? Äh. Das... Ja? Merkst du das? Eva? Ja? Du sollst nicht immer so denken. Ähm, wie... Na? Lass mal weglaufen. Wir sind voll kack hier. Wir sind doch zu dritt. Ja, aber... Oh, oh. Guck mal, wir sind zu... Guck mal, wir sind zu dritt! Einbashen! Okay. Wir müssen jetzt mal ein bisschen raus von die Arsche. Cool. Ja. Okay, wir sind zu dritt und wir sind zu zweit, weil der andere weggerannt ist. Okay. Oh, jetzt ist hier sogar zu viert. Warte, wer war das eigentlich noch? Wieso rennt die mir da hier? Ich hab jetzt zu verleben. Warte auch nicht. Nein. Ich bin auch echt tot. Ich riech jetzt schon. Ich riech jetzt! Ich riech jetzt! Ich riech jetzt! Ich riech jetzt! Oh yeah! Das skillshot gesehen. Warte abgegangen gerade. Ich riech jetzt so... Ich riech jetzt so bang und dann... ...und dann... ...bauts! Und dann kapau! Genau. Hier. Da kapau! Genau! Oh, genau! Oh, genau! Da hat jemand gefragt... Oh! Muss hier mal weggehen, das ist so laut. Da hat jemand gefragt, Eva, was bist du eigentlich? Bist du jetzt männlich oder weiblich? Eva, du bist weiblich, ne? Gibt's ich? Nein, hallo? Ich dachte, du warst männlich. Ja. Das hört man doch an meiner Krusty-Stimme. An einer Krusty-Stimme. An einer Krossen-Stimme. Krusty, der Clown. Krusty! Wir werden hier verdienen oder gewinnen? Krusty, so Krust bin ich. Krusty, der krasse Clown. Sind wir am... Revieren? Piu, piu. Aber magst du am Samstag vielleicht so zwei, drei Games mitmachen? Am Samstag? Ich weiß nicht, ob ich dann zuhause bin. Weil ich dann am Freitag noch auf dem Geburtstag freundlich alles. Und dann... Aber sonst, ja. Also es ist eigentlich egal, weil wir werden ja bis 8 Uhr morgens streamen. Ah, ja, dann ja. Da kannst du ja kommen, wann du willst. Ja, okay. Die sind alle weg. Das macht mir ein bisschen Angst, ob der Toplane sind. Zwei. Einer in der Mitte. Zwei in der Mitte. Das heißt, wir können hier voll durchpushen. Yow, yow. Yow, yow. Yow, yow. Yow, yow. MC McDonald's, 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 yow. Yow, yow. Yow, yow. Meinst du, ich hätte Potential so? Ja, also ich finde, du hast auf jeden Fall eine geile Stimmenfarbe. Du hast ja auch einen guten Wiedererkennungswert. Also einen guten Wiedererkennungswert. Deine Rhymes sind doch auf jeden Fall richtig tight, Digga, Yow. Ja, ne? Und... Also, es hat meine Cousine auch schon gesagt, dass es mit meiner Schwester E war. Ich weiß schon, ob du die kennst, so ne? Schwester E war. Schwester E.W.A. Ja, das ist klar. Ich mach's nicht. Aber leider machen auch die Armschellenklick. Und scheiße, wenn es fließt. Nein. Nein. Nein, du gehst in die falsche Richtung. Bist du tot? Ja. Du solltest vielleicht weglaufen. Also, ich hab das noch nicht mit... Also, Kassadin... Ich frag mal Kassadin, ob ich mitgehen soll. Warte mal. Kassadin soll ich eigentlich weggehen? Weg... Gehen... Boom. Jetzt wieder, ich bin schon voll verarscht, aber ich bin voll krass, ey! Krass! Was soll ich eigentlich weggehen? IDI... Nahui. SDFU Noob. Reportet. Ja! Reportet, weil ich das gefunden habe. Never help. Help. Okay. Marry. Me. 28, weil das cool ist. Ähm... Marry. Me war ja so... Kann das denn mit A? Pff. Spassi! Marry. Me. Upsi. Ja. Hahaha. Hahaha. Oh, ich hab ja mit Schuh. Ja. Oh yeah, das war cool, oder? Merry Christmas! Haha. Merry Christmas! Genau! Ne, der schreibt mit E. Hey, du hast was falsch gesagt! Hey, du hast was falsch gesagt! Pfff! So! Wieso kommt denn der Drake nie? Was soll denn das? Wer kommt denn der? Der ist grad weg. Der ist grad weg. Der ist grad weg, also der ist grad kippen wollen. Genau. Ich bin du schon mal die Triften los. Ich bin nur eben kippen wollen. Wir wollen denn keinen Namen nennen. Ja! Oh man! Nee, 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 nee! Gebt mir den Typen da! Ich war ulti! Ich hab... Ich hab keine... Ich hab so auf meine Tastatur rumgedrückt! Es ist nichts passiert! Bitte! Oh yeah, inside force! Yo! Yo! Aha! Da! Oh! Sollte... P... Nein, ich wollte nicht P schreiben, ich wollte P... Verdammt! Nein! Hör doch mal auf P zu schreiben! Boah! Ich muss übrigens auf Klo langsam! Das ist ja... Unauf... Unaufhaltsam! Unaufhaltsam! Äh, halt... Haltbar! Unaufhaltsam! Haltbar! Haltbare Milch! Mindesthaltbarkeitsdatum! Ist haltbare Milch eigentlich unaufhaltbar? Haltbare Milch... Ist etwas, was nicht ablaufen kann unaufhaltbar? Aber haltbare Milch ist ja dann halt aufhaltbar. Also ich hab auf Arbeit gelernt, dass Mindesthaltbarkeitsdatum eigentlich blödsinnig ist. Was meint der Milch... Wieso? Weil... Mindesthaltbarkeitsdatum ist wirklich nur das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja? Trotzdem noch zwei Wochen. Ungefähr. Weiß es. Ja? Was meint der Go and BD? Achso! Hast du mit Vector? Achso, so wunderschön. Ja, wo soll ich die noch Vector? Na, son! Oh, nee. Geh ich nicht ein. Ich hab grad den Gegner gefehlt, hab ich mir doch nicht. Aha, geklaut! Das war nicht an. Aha, geklaut? Nein, doch nicht schon. So! Was mag ich für eins? Ich will auch ein bisschen poken. Äh, zum... Was cool? Ah, Gott, Gott, ich renne und haue rein! What the fuck? Nein, 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 nein! Warum machst du das? Ah, jetzt bin ich wieder auf meinen Schlepp, okay. Ja, das ist immer so, wenn ich auf der Karte rumgucke, dann krieg ich immer nicht mehr mit, was ich da gemacht. Gibt's irgendeine... Ah, ich könnte auch einfach Leertaste drücken, dann bin ich doch schon wieder bei mir, ne? Bei der Kamera? Äh, ja. Ja. Loll. Warum hab ich das nie gemacht? Das ist gut. Krass, Mann, das funktioniert ja wirklich. Ja. Ja, und ich such den... Du kannst sogar, wenn du die Leertaste gedrückt hast, bist du die ganze Zeit auf dich. Also, wenn ich, ähm, wenn ich grad auf der Minimap unterwegs bin, dann, wenn dann irgendwas passiert, dann geh ich immer so ganz panisch und ganz schnell zum Minimap und dann drück ich mal was ganz anderes und so. Oh nein. Boah, statt einfach die Leertaste zu drücken. Ja, ich glaub, wir werden gleich umgebracht. Nein. Hm. Ja, okay, okay, okay. Ja, okay, okay, okay. Ja, oh, da war die Leertaste, hab ich mir schon gedacht. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Okay. War das cool? Das freut mich für dich. Ja, das war richtig cool. Okay, danke. Kein Problem. Was macht er denn da? Warum... Alle biegen. Was sonst? Hier. Er ist wichtig. Er ist wichtig. Kitt ihn. Komm. Ich muss ihn mal töten. Bam. Bam. Dann, Junge. Ey, ich hab dich gestanden. Hallo. So. Nice. Interessant. Uh. So. Aua. So ist es. Ich will noch mehr. Ich will auch machen. Mann. Oh, Scheiße. 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 Boah. Alter. Hat so ein bisschen weh getan gerade. Hallo. Meinst du? Ja. Komm, die holst du alle. Die holst du alle. Einfach zack. Boom. Siehste, einer weg. Der nächste. Boom. Boom. Alter. Ja, dreh durch. Die holt sich wirklich bei. Boom. 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 Ich will den kann ihr helfen. Komm, dreh durch. Ah, der hat ein bisschen Leben, ne? Ja. Ich kenn sie. Alter, kann der mal auf in den rum zu fingen? Sonst hau ich ihm aufs Maul. Junge. Mann. Ich krebs durch. Ich krebs. Ja. Hast du grad nen Turm zerstört? Ja. Der mach jetzt einfach mal alles alleine. Ja. Aller durch hier. Hau durch, Eva. Hau durch. Hau durch. Immer rein. Oh, jetzt schläfst du aber. Schade. Du bist Evelyn da nicht gekommen? Was ist der andere? Ordentlich nicht geholt. Sie sind behindert. 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 Behindert in der drinnen rein, so. Eva ist Challenger der Herzen. Die Schnal. Das ist da schlé! Ba 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 baby baby ba boaw對不對 baby baaaaa. Baby ba zaaa- Yeah, yeah! Yeah. Oh, fuck! So sieht das aus hier, ne? Was ist denn das? Leute, ich möcht' das hier mal... Darf ich, darf ich was anzetteln? An deinem Stream? Kannst du was anzetteln? Das willst du anzetteln. Leute, ich möcht' mal gerne, dass ihr im Chat Beatbox macht. Oh, ja! Einfach bum bum zack und so reinschreiben, so'n richtig coolen Beat und... Spamt damit mal den Chat voll. Geile Idee, geil! Mal gucken, ob ihr damit den Stream so... Den Stream-Chat so ein bisschen down kriegt. Kriegen wir dann also zusammen mit? Na... Ja, so, so, so. Mal gucken, ob sie dadurch wirklich den Twitch-Chat so down kriegen. Ist ja voll cool. Ist das nicht voll? Nein? Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh, jetzt geht's los. Hier, da kannst du von deinem Chat schon mal verabschieden. Nice. 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 Ah, geil. Lebe! 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 Ulti! Meine Ulti kein Damage macht, weil ich kann... Ich hab' kein Schadensitem gekauft. Gar keins. Oh nein! Er hat sich gehealt! Er hat mich gestunnt, meine ich. Scheiße! Nein, er stirbt! Nein! Ach komm, ich hab dich gerecht. So, wir haben gewonnen. Yuck, Kaku, Boots, Jababoo! Shizzle, dizzle, in the wizzle! Freshies am stizzle! Meine freshe Guys, bumpsch! Wissen denn Twitch hat zu spammt! Bumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbum wie ihr wieder dabei seid. Ja, bis denn. Haut rein!